Na alle zusammen, mich hier ist wieder Heuchelah und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so einen kleinen Mountguide. Heute geht es um ein Mount, das wir uns hier im Ardenwald erspielen können. Und zwar sind wir hier auf den Koordinaten 43, 46 im Ardenwald bei diesem Amphitheater. Und hier ist es so, dass wir insgesamt 7 Rares beschwören können. Und wenn wir diese 7 Rares beschworen haben und getötet haben, dann haben wir ein Achievement. Und mittels des Achievements können wir dann beim NPC ein Mount kaufen. Ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt mal an, wie das alles genau funktioniert. Also, wir brauchen als allererstes einen Spieler, der die Covenant Night Fae hat und auch den Animaconductor auf Stufe 1. Und dieser Spieler kann dann hier mit dem NPC sprechen und hier einen Rares beschwören. Ihr müsst das nicht selber machen, sondern das kann irgendein random Spieler machen, der den Rares beschworen hat. Also, Night Fae Covenant, Animaconductor Stufe 1 und zum Sternensee Amphitheater muss dementsprechend der Animaconductor geleitet werden. Dann kann der Rares beschworen werden und es ist täglich festgelegt, welcher beschworen wird. Es gibt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und diese 7 Rares, die switchen halt random durch. Kann sein, dass heute Xavius da ist, morgen kill Jaden, übermorgen Jaina, dann wieder Xavius, dann Argus, dann Gul'dan, dann Jaina wieder. Also, das ist nicht eine Effekse-Reihenfolge. Das heißt, es kann ein paar Tage dauern, bis ihr alle Rares einmal getötet habt. Die droppen nicht sonderlich tolle Sachen, aber sie bringen auch Ruf bei einer Ruf-Fraktion, und zwar 500 Ruf. Und zwar heißt die Ruf-Fraktion hier Hof der Nacht. Die kann man dann nachher auch nochmal brauchen. Wenn ihr dann alle einmal umgeboxt habt und das Achievement euch eingetütet habt, gibt es die Möglichkeit, zu einem Händler zu gehen. Und da werden wir uns jetzt einmal das angucken. Und zwar hier oben nochmal die Info. Ich bin selber Necrolord und konnte das Achievement machen, indem ich einfach nur die Rares immer mitgekillt habe. Ihr müsst nicht selber bei den Night Fee sein. Gut, dann sind wir jetzt hier oben bei dem Händler. Also einfach hier vom Amphitheater hochlaufen. Hier steht der Händler. Und der verkauft uns bestimmte Sachen. Er hat Pets dabei, Transmog-Items hat er dabei. Einige von denen, seht ihr, muss man drei Mobs im Amphitheater getötet haben und Night Fee sein. Hier muss man vier gekillt haben und Night Fee sein und so weiter. Und fürs Mount muss man alle sieben getötet haben. Muss aber nicht Night Fee sein. Das kostet uns jetzt dementsprechend 5000 Mana. Und dann können wir uns das kaufen. Auf dem PTR hat es anscheinend, oder auf dem Beta-Server hat es anscheinend noch Gold gekostet. Jetzt haben sie es umgeändert zu Mana. Bisschen blöd. Ich wollte es mir eigentlich mit einem Twink kaufen, aber... Ja, jetzt mache ich es mit dem Main. Also wenn ihr mit dem Main das Mana sparen wollt, das Achievement ist ja Account-Wide, könnt ihr auch mit dem Twink einfach kaufen und euch das Mount eintüten. So, Motte haben wir gekauft. Sie heißt Seidige Schimmer-Motte. Und die lernen wir jetzt einmal an der Stelle. Und dann gucken wir uns das schöne Mount mal an. Motte. Und ich habe jetzt mittlerweile schon zwei. Eine von der RUF-Fraktion hier aus dem Gebiet. Das hatte ich ja euch schon im anderen Video gezeigt. Das war die Dämmer-Fleder-Aden-Motte. Und die Seidige Schimmer-Motte ist jetzt quasi so ein bisschen heller gehalten. Die war jetzt so ein bisschen dunkellila. Die ist so ein bisschen, ja, bisschen heller. Weißlich vor allem im Rumpf quasi gehalten. Und ja, schauen wir uns das schicke Ding mal an. Wieder eine nette Motte. Ich würde sagen, wir gucken uns noch einmal das Mount-Special an. Das kennen wir ja schon aus dem anderen Video quasi. Aber immer wieder schön zu sehen, auf jeden Fall. Gut, viel Aufwand ist es nicht. Ihr müsst halt ein bisschen Glück haben, dass ihr alle siebenmal erwischt. Aber ich würde euch eh empfehlen, falls ihr die RUF-Fraktion hochballern wollt, haut am besten jeden Tag hier das Ding um. Und ja, man kann da kurz warten, bis einer kommt, der quasi den Mob aktiviert. Oder man sucht sich halt jemanden, den man kennt, der Neidfee ist und den einen quasi kurz beschwört. Gut, das war es mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr euch positiv werdet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.